Viele Menschen arbeiten 40 Stunden pro Woche, mehr als 40 Jahre, um letztendlich mit 40% ihres letzten Einkommens in Rente zu gehen und dass man über 40 Jahre arbeitet. Damit kann keiner zufrieden sein. Letztendlich, Network Marketing bildet dir die Möglichkeit eines unimitierten Einkommens. Das heißt, du selbst bestimmst, was du verdienen möchtest. Du kannst auf dieser Welt arbeiten, wo du willst, wann du willst, vor allem mit wem du möchtest. Du kannst das ganze Business weltweit aufbauen. Du kannst die Geschwindigkeit und die Reichweite nutzen und das alles mit deinem eigenen Lifestyle.